Das Team Hamburg ist dieser Verbund, dass die Sportler auch untereinander wissen, wir sind die Sportbotschafter der Stadt Hamburg. Ich musste mir mein Geld nebenbei verdienen, es war nicht einfach, deswegen finde ich es toll, dass es solche Projekte gibt, die die Sportler ein bisschen unter die Arme greifen. Das Schöne an dem Team ist ja auch, es könnten meine Nachbarn sein, sprich der Junge oder die Frau, das Mädchen von nebenan, hat den ganz großen Traum, Olympische Spiele und wir tun uns zusammen und helfen denen. Im Team Hamburg sind viele junge Leute, die sich für die Olympischen Spiele vorbereiten. Sie wollen natürlich da gewinnen und Erfolg haben, aber jetzt steht erstmal Anstrengung vor ihnen und viel, viel Training, das Ganze aber mit großer Begeisterung. Man hat viele Sportler auch überhaupt jetzt durch dieses Team auch kennengelernt, über die Jahre auch und die Motivationssprüche manchmal als SMS, die dann vielleicht noch zu einem oder anderen Wettkampf kommen, das ist was ganz Besonderes. Und das zeigt natürlich auch, dass das Team auch wirklich für was steht und dass die Sportler da auch wirklich sich gegenseitig unterstützen. Wir alle erinnern uns daran, welch begeisterten Empfang die Hamburgerinnen und Hamburger unserem Olympiateam aus London 2012 im Hamburger Hafen gemacht haben. Um wieder solche Erfolge feiern zu können, brauchen wir aber Unterstützung für die Sportlerinnen und Sportler, damit wir eben auch in 2016 erfolgreich sein können, damit Hamburger erfolgreich sein können.